Hier dieses Outpost Outpost Deutsche Post Und da hatte ich keine Munition mehr Und da habe ich ein Snipergewehr genommen Und ich habe keinen Kill damit gemacht So wird es jetzt wohl auch ausgehen So, gucken wir mal Ich mache mal Pause Hey, ho hier alle Diesmal ein kleines Special mit mir und Wolverine Denn wir snipern mal Versuchen, versuchen, ja, versuchen Die Leute, die haben gesagt, dass denen das Spaß macht Wenn die sehen, wie wir failen Und, äh, den Gefallen Tun wir euch doch mal Ey, das gäbe es nicht Einem wie Sie gehabt, aber nichts passiert Scheiße Da ist schon einer unten wahrscheinlich, ne Kommt jetzt wahrscheinlich hoch, oder? Ne, dann nicht Ich weiß nicht Wie die Leute das machen, ey Wuhu, ersten Kill Ich habe einfach gemessert Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, ey Immer wenn ich jemanden im Frag mich nicht, man Ich kann es selber nicht Ich will es auch gar nicht In dem Sinne Meine Herren Oh, 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 oh Ich habe meinen ersten No-Scope gemacht Echt? Ja, Mann Und bald gestorben danach Weil da ein anderer Typ hinterher kam Akimbo natürlich Mein erst No-Scope gemacht Und gefeiert ohne Ende Und dann kommt natürlich Da ist einer bei dir Ey, ich treffe ihn einfach nicht Nein So Ja, Leute Das wird, glaube ich, heute gar nichts mehr Siehst du direkt, ne? Das Wir snipern Und zack, verlieren wir Äh Jetzt habe ich geleckt Ey Hast du ihn getötet? Ne, du hast es gar nicht Ich habe einen getötet Ah, der kommt doch von der Seite, der kleine Homo Ich geh mal in den Haus Als Sniper musst du den Reclaimer mitnehmen, ey Mann Du Kacklo, yeah Ey, die Waffe ist total scheiße Ich brauche zwei Schüsse, auf jeden Fall Bei was? Welche Waffe hast du denn? Ich hab, was hab ich Äh Ich, ich glaube die Keine Ahnung Ey Alter Näh Wieso Wieso ist in den Videos Das immer so Dass wenn die Leute jemanden töten Dass der einen Schuss braucht Und dann tot ist Ich ziele den Typen genau in der Mitte an Hä Oh Ich beschwere mich und töte jemanden Übelst geil Jetzt weiß ich, warum die Leute das spielen Weil das einfach so anders ist Es ist, äh Eine Herausforderung Hast du den getötet, hier rechts? Nö Ey Das musst du mal ansehen, ey Alter, Falter Was? Was hat der denn für eine Wumme? Ey Anfänger Der hat auch die Dings Barrett Warum braucht der nur so einen Schuss? Ich will mal ein Quickscope hinlegen Aber das kannst du hier mit, glaub ich, knicken Warum? Kannst du immer machen Boah, ne, die Waffe ist voll scheiße Ja, es ist eine Sniper-Waffe Was denkst du denn? Ne, aber normalerweise einen Schuss Wenn der auch sitzt Aber bei der hier Ja, bei der auch nicht Hast du den Barrett? Ich hab auch 80 Schuss, hab ich Hast du auch so viel? Ne Ja, siehste Du hast so eine Mehrfachschuss-Ding genommen Ja, ja Ja, hab ich auch Ja, trotzdem hast du 80 Schuss Was ist das für ein Sniper? 80 Schuss Hat ja noch nicht mal ein MG Hat so viel Was ist los? Oh Das gefällt mir gar nicht, Wolverine Oh, und ich wurde gemessert Ne, ist doch schon spät Was heißt spät? Wir werden auch am Tage Verkacken Ey, ich hab den Das ist nicht normal 4-10 Was ist denn los? Ich? Ne, ich Ich hab 4-8 Ist denn besser? Ja, normal Wir snipern doch Ey, leck der Typ Headshot Mein erster Headshot, Junge Echt? Ja Ich hab einfach Skill Was ist das? Ach, ich wurde natürlich von dem Ach, ja klar Mann Ich hab zuerst gemessert Naja, was willst du machen? Alter Ey, Mann Ich frag mich, wie die Leute trainiert haben, die so gut snipern können So, ob die so Immer gesnipert, immer gesnipert Ja, aber die müssen auch mal so angefangen haben Jetzt hat meine Maus gehakt Hast du grad auf die Maus geschlagen? Nein, ich hab auf die Tasse gehauen Weil ich Enter-T gedrückt hab, außer sehen Ey, komm raus Weißt du Bei allen anderen kommt der raus Nur bei mir nicht Wer soll denn rauskommen? Ja, war so ein Typ Der vielleicht am Fenster lang Und ich denk mir so Ja, gut Der wird ja wohl wieder zurückkommen Warum sollte der denn weggehen? Was hast du denn da, Akimbo? Ja, klar Ja, was auch sonst Passt zu dir Noob mit Noob-Waffe Ey, das war voll im Visier Ich versteh's einfach nicht Ah, meine Märtyrer-Granate Ohne Scheiß War voll im Visier Kommen Schüsse von hinten bei dir Wechsel mal die Waffe Weil hier ist jemand im Haus Die Maus ist die Maus Die Maus ist hier im Haus Ah, schade Jetzt ist der weg Da ist er Was zur Hölle? Ein Schuss tot, ja Warum klappt das jetzt so, aber eben nicht? Das ist der Hammer 17, 14 Ich hab erstmal die erste Zeit angefangen zu snipern Ja, unser Team ist einfach scheiße Und jetzt fang ich an und ich bin erster Du bist ja Akimbo Oh, ich hab jemanden getötet Oh, mein Kill Ey, mein Kill wäre der Oh, mein Kill wäre ein Sniper gewesen Oh, Mann Mein Kill wäre es gewesen, wenn wir gewonnen hätten Aber nein Du bist gestorben Oh, Noob Oh Gott Da kann auch deine Akimbo nix mehr machen Bist du doof? Was hab ich denn in der Hand? Ah, ich weiß PP90M1 Äh, ich mach mal kurz Pause